Servus Leute, wir spielen heute eine Runde RoboCraft. Und zwar gibt es den neuen Kampagnen-Modus. Dort kämpft man wohl gegen Wellen von Gegnern mit einigen Beschränkungen. Wir beginnen mit dem Target Practice und müssen dafür einen bestimmten Roboter bauen. Level 1 mit Auto-Heal, also automatische Heilung und der Roboter muss zwischen 1 und 2000 CPU haben. Und wir dürfen nur Uncommon and Below Parts verwenden. Also ungewöhnliche Bauteile höchstens. Da muss ich zwangsweise einen neuen Roboter bauen. Wir nehmen natürlich nichts Vorgefertigtes. In diesem Video werde ich lediglich den Roboter bauen, und zwar in einer Montage. Da wünsche ich euch bereits jetzt viel Spaß damit. Und wir hören uns dann im Kampagnen-Modus selber wieder. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020